Damit Eisen rosten kann, brauchen wir Eisen, welches in Kontakt mit Wasser und Sauerstoff oxidiert. Das, was entsteht, ist Eisenrost. Da Eisenrost aus zwei Sauerstoffanteilen besteht, wir aber auf der anderen Seite drei Sauerstoffantome haben, muss der eine Anteil halbiert werden, damit die Gleichung aufgeht. Zur Vereinfachung wird die Gleichung mit dem Faktor 2 erweitert. Daraus folgt diese Darstellung der Reaktionsgleichung. Beweisen kann man diese Gleichung jetzt anhand einer Redoxreaktion. Dabei muss man schauen, welche Komponente oxidiert und welche reduziert wird. Generell kann man sagen, dass Metalle fast immer oxidiert werden. Oxidation heißt ja bekanntlich, Metalle geben Elektronen ab. Dies geschieht an der Anode. Zwei Eisenatome geben hierbei vier Elektronen ab. Zwei für jedes Eisenatom. Und werden so zu zwei zweifach geladenen Eisenkationen. An der Kathode findet die Reduktion statt. Reduktion bedeutet, dass in einer Reaktion Elektronen aufgenommen werden. Und da haben wir zwei Wassermoleküle und ein Sauerstoffmolekül. Und die nehmen die vier Elektronen gerne auf, die das Eisen abgibt. Hieraus entstehen zweimal OH- Moleküle, die einfach negativ geladen sind. Das Ganze kann man jetzt ganz einfach zusammenfassen. Dabei entsteht 2Fe minus 4E minus plus 2H2O plus O2 plus 4E minus. Daraus folgt 2Fe plus 2OH minus. So wie man sieht, die minus 4E minus und die plus 4E minus heben sich gegenseitig auf. Damit ergibt sich dann 2Fe plus 2H2O plus O2. Und hier verbinden sich die beiden Eisen-Ionen, 2Fe2 plus, mit den beiden OH- Molekülen. Und heraus kommt 2FeOH2. Das ist auch ganz logisch. Hier braucht das Eisen zwei Elektronen. Wir haben hier zwei OH-, welches einfach negativ geladen sind. Das heißt, hier sind zwei Elektronen zu viel. Da Ionen, die gegensätzlich geladen sind, sich anziehen und verbinden, kommt es zu einer Ionenverbindung. Und es entsteht 2FeOH2, das sogenannte Eisenhydroxid. Das ist auch ganz logisch. 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 Und 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 das ist auch ganz logisch. Vielen Dank.